Dieses zu erwerbende modernisierte 4-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Teltow. 2008 wurde dieses Gebäude erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Garagenparkplätze. 2-Zimmer-Einfamilienhaus Die Wohnzugsfläche von ca. 421 m2 weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 133 m2 auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 260.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.